Die AfD Brandenburg hat heute vor dem Berliner Reichstagsgebäude offiziell ihren Volksexpress der Öffentlichkeit präsentiert. Der blaue Doppeldecker wird den Landesverband durch den gesamten Wahlkampf begleiten. Das Coole an dem Bus ist, dass wir sichtbar sind und dass wir mit diesem Bus bis in den letzten Winkel Brandenburgs kommen. Ob Großveranstaltung oder Wahlkampfstand, der Volksexpress wird überall der Blickfang sein und die wichtigsten Themen der Brandenburger transportieren. Und das Schöne ist, wenn wir bald Veranstaltungen vor Ort haben, können wir natürlich auch in dem einen oder anderen abgelegenen Dorf die Bürger auch abholen und sie mit zu unserer Veranstaltung nehmen. Denn AfD steht für Bürgernähe. Mit dem Slogan Deutschland, aber normal, erinnert der Bus an den Kern unseres Wahlprogramms. Eine vernünftige Politik für die eigenen Bürger. Ohne Fremdbestimmung durch die EU, ohne Genderquatsch und Sprachpanscherei und vor allem mit Freiheit und Grundrechten, die immer für alle gelten. Selbst in der Corona-Hysterie. Dass das nur mit zwei Kreuzen bei der AfD realisierbar ist, daran wird der Volksexpress die Brandenburger jeden Tag bis zum 26.09. erinnern. Herr Gauland, gefällt Ihnen der Bus? Der sieht nett aus, ja.